Kenntnisse von Lösungen, Mission und Vision von Zepter Zepter-Mission, lebe besser, lebe länger. Ist es lebensnotwendig? Entscheiden Sie selbst. Macht falsches Essen Kinder krank? Wie giftig ist mein Essen? Globale Giftspritze. Wie funktioniert der Cocktail-Effekt? Massenbehandlung. Machen uns Medikamente krank? Droge Zucker. Die gefährliche Sucht nach Süßen. Gefahrdet dein Geschirr deine Gesundheit? Ungesunde Ernährung wiegt milliardenschwer. Jeder zweite Erwachsene hat Übergewicht. Falsche Ernährung kostet Deutschland fast 17 Milliarden Euro. Deutschland ist ein tödliches Schlaraffenland. So gefährlich ist ungesunde Ernährung. Ungesunde Ernährung noch gefährlicher als Raufen. Megastädte, Megasmog. Paris, Peking, Deling. Feinstaub nimmt uns die Luft zum Atmen. Luftqualität in Österreich verschlechtert. Luft. Das wichtigste Lebensmittel. Heimat bist du schlechter Luft. Gefahr liegt in der Luft. Schadstoffe in der Wohnung. Was tun gegen schlechte Luft? Schlechte Luft macht auf die Dauer krank. Wie schlechte Luft in der Wohnung die Gesundheit gefährden kann. Schlechte Raumluft. Müdigkeit. Kopfschmerzen. Zu viel CO2-Dicke Luft in deutschen Klassenzimmern. Dicke Luft in fast allen Städten. Jede Stunde verkürzte Lebenserwartung um 20 Minuten. Schlechte Luft, Lärm und kaum Bewegung. Was das Lernen stört. Gift im Mineralwasser. Giftiges Wasser in der Volksschule. Nitrat belastet das Grundwasser. Zeitbombe im Trinkwasser. Blei im Blut, auch wenig ist giftig. Ein Drittel der Nahrung landet im Abfall. Keine Nahrung in den Müll. Möchten Sie ein Teil der Lösung oder ein Teil des Problems sein? Aufgrund der folgenden Fakten ist die Zukunft der nächsten Generation in größter Gefahr. Werden Sie heute handeln und etwas dagegen unternehmen? Oder wird Ihre Ignoranz das Leben und die Gesundheit Ihrer Kinder zukünftig noch schwieriger machen? Wachstum der Weltbevölkerung. Erste Milliarde 1804, zweite Milliarde 1927, dritte Milliarde 1960, siebente Milliarde 2011, achte Milliarde 2023, zehnte Milliarde 2047. Die Weltbevölkerung hat sich in der letzten 300 Jahren um das Zehnfache erhöht. Um das Siebenfache in den letzten 200 Jahren. Um das Vierfache in den letzten 100 Jahren. Und um das Doppelte in den letzten 45 Jahren. Etwa 2 Milliarden Hektar Land werden durch menschliche Aktivitäten zerstört. In den vergangenen 40 Jahren sind 30% des weltweiten Ackerlandes unfruchtbar geworden. Nährwert unserer Nahrung verschlechterte sich dramatisch. Schnelle und ungesunde Lebensmittel-Explosion, leichtsinnige Interessensgruppen und unsere wachsende Konsumgesellschaft haben die Notwendigkeit der Vorbereitung gesunder Mahlzeiten für unsere Familien bedeutend vermindert. Ungesunde Kochpraktiken und die Verwendung von Kochgeschirr von schlechter Qualität, führten zu noch nie dagewesen in gesundheitlichen Folgen. Wie wissenschaftlich und medizinisch erwiesen, ist eine falsche und ungesunde Ernährung die Hauptursache für alle chronischen Krankheiten. Fettleibigkeit verkürzt die Lebenserwartung um 14 Jahre. Mehr als 25 Millionen verfrühte Todesfälle pro Jahr stehen in direktem Zusammenhang mit ungesunder Ernährung. Derzeit sind weltweit registriert. 1.756.012.357 Autos. Täglich mehr als 100.000 Flüge. Kosten der Luftverschmutzung. 3,5 Trillionen US-Dollar pro Jahr. 92% der Menschen weltweit atmen keine saubere Luft ein. Aufgrund der Luftverschmutzung gibt es weltweit 7 Millionen Todesfälle pro Jahr und das Leben verkürzt sich in einigen Ländern um rund 3-6 Jahre. Brauchen Sie noch mehr erschreckende Wahrheiten über die Wasserverschmutzung und die Lebensmittelverschwendung? Oder möchten Sie Lösungsvorschläge sehen? Das Einatmen von sauberer Raumluft hält Sie vital und gesund, verbessert Ihre Lebensqualität und verlängert gleichzeitig Ihre Lebenserwartung. Zepters Mission Gesund essen, länger leben. Zepter-Kochgeschirr schützt Ihre Gesundheit und spart Geld, Ihr ganzes Leben lang. Man trinkt 90% seiner Krankheiten. Nur gereinigtes Wasser ist gesundes Wasser. Welterweite Lebensmittelverschwendung. Wach Sie, Meister der Essensaufbewahrung. Es gibt kein Leben ohne Licht. Licht ist die Hauptquelle des Lebens und der Energie. Trete Sie heute der Zepter-Mission bei und sichern Sie sich eine bessere Zukunft. Lebe besser, lebe länger, lebe Zepter. Auch die Weltgesundheitsorganisation bestätigt die Notwendigkeit der Zepter-Mission. Wer ist durch den Klimawandel gefährdet? Jeder, überall. Kinder sind am anfälligsten für lange Umweltrisiken. Ob du in einem lebst, ländliches, Dorf, kleine, Insel oder Küstenstadt oder Großstadt. Der Klimawandel bedroht Ihre Gesundheit. Grundbedürfnisse werden gestört. Lebensmittel, Luft, Wasser. Was können wir gegen den Klimawandel tun? Wir können viel tun, um uns, unsere Familien und zukünftige Generationen zu schützen. Vermeidbarer Verkehr. Stattdessen sollten wir gehen, Fahrrad fahren und öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Dies wird die Luft reinigen, die körperliche Aktivität erhöhen und weitere Krankheiten reduzieren. Verwertbare Nahrungsmittelsysteme und gesunde Nahrungsmittel, der Abbau von rotem und verarbeitetem Fleisch und die Erhöhung der Obst- und Gemüseaufnahme in hochverbrauchenden Populationen werden Emissionen und Krankheiten, die Krebs- und Herzkrankheiten reduzieren. Antworten auf alle Fragen finden Sie in den Zepter-Präsentationen. Um auf die nächste Stufe der Ausbildung zugreifen zu können, seien Sie professionell und lernen Sie diese im Detail. Letztendlich hoffen wir, dass Sie erkannt haben, dass die Zepter-Mission eine soziale Verantwortung ist. Lernen und Weiterbildung von Präsentationen um Art, um Car, Medical, Cosmetics. Lernen und Weiterbildung von Präsentationen